Das Gévaudan ist auch heute noch untrennbar mit der Sage von der Bestie verbunden, die dort im 18. Jahrhundert Angst und Schrecken verbreitete. Was wollen Sie mir hier zeigen? Ich zeige Ihnen einen Gedenkstein. Dort steht, Jean Chastel bezwang die Bestie vom Gévaudan am 19. Juni 1767. Es heisst immer die Bestie. Was war das für ein Tier? Es wurde doch getötet. Dass es ein Tier war, dessen war man sich sicher. Aber welches genau, darüber wurde spekuliert. Es wurden sogar Menschen verdächtigt. Im Fall der Bestie vom Gévaudan gibt es immer noch jede Menge Geheimnisse. Drei Jahre lang Morde, fast 100 Opfer. Ich begebe mich auf die Spur der schrecklichen Bestie. Natürlich nicht ganz ohne Angst. Hallo, ich bin Sophie. Mit meinem Hund Pongo gehe ich auf große Reise. Ich kann nicht sehen, deshalb packe ich die Welt an. Ich will sie fühlen. Ich will sie wirklich spüren. Aber vor allem werde ich meine Begegnungen mit ihnen teilen und ihnen eine ungewöhnliche Perspektive eröffnen. Nämlich durch den Blick der anderen. 1878 hat der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson, der Autor der Schatzinsel, eine 220 Kilometer lange Wanderung unternommen, die zum Großteil durch das Gévaudan führte. Selbst damals, über 100 Jahre nach den Vorfällen, war die Bestie in den Köpfen der Menschen noch sehr lebendig. Christian Brochier ist von dieser Geschichte fasziniert. Mit ihm beschreite ich den Weg genauso wie der Schriftsteller. Mit einem Esel. Hallo, haben Sie alles abgelegt? Jetzt kann ich Sie begrüssen. Danke, dass Sie mich auf Ihrer Eselfarm empfangen. Sehr gern, willkommen. Wie viele Esel haben Sie? 46. Das sind einige. Jetzt gehen wir auf Ihren Pausenhof. Ich rieche Sie schon deutlich. Hallo ihr Lieben. Wie heisst du denn? Das ist Bisab. Das ist Vosco. Daneben ein Jungtier, zwei Jahre alt. Vosco ist vier. Der hier ist ganz vernaht in mich. Das ist Pistache. Pistache, kommst du mit mir? So ziehen wir ihm das Geschirr über. Stevenson hatte sich als Reisebegleiterin eine Eselin namens Modestine ausgesucht. Er erstand sie für 65 Franc und ein Glas Schnaps. Für sein Gepäck legte er ihr einen sogenannten Packsattel an. Ist bekannt, was der große Stevenson im Packsattel seiner Eselin alles verstaut hatte? Einen Schinken, einen Revolver. Klar, damals im 19. Jahrhundert wusste man nie. Und vor allem hatte er die Idee, sich aus Schaffell einen Schlafsack nähen zu lassen. Er hat sozusagen den Schlafsack erfolgen. Verstehe. Den gab es damals noch nicht. Und er nutzte ihn auch als Transportsack. Darin verstaute er den Schinken, den Revolver und andere Sachen und schnallte ihn dem Esel auf den Rücken. Die Grundbefehle sind, ein kurzer Zug am Zügel nach vorn, dann wird nicht mehr gezogen. Und um anzuhalten, ein kurzer Zug nach hinten. Okay, einfach ein kurzer Zug. Genau. In Stevensons Reise mit einem Esel durch die Cévennes spielt die Bestie von Gévaudan eine wichtige Rolle. Ja, einer Anekdote zufolge verirrte er sich im Nebel und ging im Kreis, bis er schliesslich jemanden um Hilfe bat, um ihm den Weg zum Erzbischof zu zeigen. Der junge Dinabat bekam grosse Angst bei der Vorstellung, nachts mit ihm den Weg zu gehen und wiederholte ohne Unterlass, ich setze keinen Fuss hinaus, ich setze keinen Fuss über meine Türschwelle. Aus Angst vor der Bestie, noch 100 Jahre später. Genau. Es gibt aber mehrere Interpretationen. Einerseits beschreibt Stevenson die Bestie vom Gévaudan als Grund für die Angst des Jungen, doch er bezeichnet ihn auch als Dummkopf vom Gévaudan. Bête bedeutet sowohl Bestie als auch Dumm. So ist es. Ich lese Ihnen eine kleine Passage von Stevenson vor. Nach einer Nacht unter freiem Himmel auf dem Mont Lozère schreibt er folgendes. Ich war mein ganzes Leben hinter einem Abenteuer her und als ich es an diesem Morgen in einem zufälligen Waldwinkel des Gévaudan fand, ohne Norden von Süden unterscheiden zu können, in einer Umgebung, die mir so fremd war wie dem ersten Menschen auf Erden, einem im Binnenland gestrandeten, war ein Gutteil meiner Träume Wirklichkeit geworden. Das ist schön. Die Tatsache, sich völlig verirrt zu haben, bewegt ihn sehr. Ja. In einem Wald in der Margerite treffe ich Bernard Solier. Fasziniert von dieser Geschichte hat er den Weg der Bestie verfolgt. Er führt mich an einige symbolträchtige Orte dieser Legende. Die Gemeinden in dieser Region hatten am schlimmsten unter der Bestie zu leiden. In Bissière-Sainte-Marie, wo wir gerade waren, hat die Bestie sechs Opfer gefordert. In der Nachbargemeinde waren es sogar sieben. Hier gab es auch fünf oder sechs Tote. Dann hat die Bestie in einem grossen Gebiet gewütet. Ja. Das Gebiet beginnt etwa 70 Kilometer südlich von hier. Das erste Opfer war Jeanne Boulay. Sie wurde am 1. Juli 1764 beim Kühehüten ermordet und zerfleischt. Früher hüteten die Kinder der Bauern die Kür. Und wenn es keine Kinder gab, war es die Aufgabe der Frauen. Hier steht eine von zahlreichen Skulpturen der Bestie vom Givaudon. Sie turnt über dem Dorf Sog. Hat die Bestie Angst verbreitet, weil sie tötete? Oder auch, weil es damals als Wille Gottes gesehen wurde? Genau das ging vor allem vom Bischof von Monde aus, der 1964 am Ende des ersten Schreckensjahres eine öffentliche Bekanntmachung verlas. Darin stand, dass dieses Tier ein Zeichen Gottes sei, dass es von Gott auf die Erde gesandt wurde, um die Sünder zu bestrafen. Aha. Das hat sich in den Köpfen der Bewohner des Givaudons festgesetzt. Es hat sich auch dazu geführt, dass einige Leute Morde nicht meldeten, um keine Schande über ihre Familie zu bringen. Sie haben den Priester gebeten, den Tod nicht als Opfer der Bestie vom Givaudon im Kirchenbuch zu vermerken. Jetzt sind wir in einer kleinen Gasse in Sog. Und hier folgen wir einer Wolzspur, die auf die Strasse gemalt ist. Sie führt uns zu einem Museum, das der Bestie vom Givaudon gewidmet ist. Hier links geht es hinein. Hier sind Szenen nachgestellt, die die Jäger, aber auch die Opfer zeigen. Was ist über die Angriffe der Bestie bekannt? Hat sie die Opfer gerissen oder was hat sie getan? Sie hat ihren Opfern in die Kehle gebissen, hat sie getötet und teilweise aufgefressen. Es gab auch Fälle von Enthauptungen. Und wer waren die Jäger? Zunächst wurde die Armee ins Givaudon geschickt. Alle Leute aus der Gegend wurden aufgerufen, einen grossen Kreis von Treibjägern zu bilden. Sie machten einen Höllenlärm, um die Tiere zusammenzutreiben. Und dann sollten die Soldaten die Bestie, die er zwangsläufig hätte auftauchen müssen, zur Strecke bringen. Und diese Geschichte erregte bis zum Königshof Aufsehen? Ja, und darüber hinaus. Sogar in anderen europäischen Ländern war die Bestie vom Givaudon in aller Munde, selbst in Übersee. Aber es war nichts zu machen. Die Bestie entkam den königlichen Truppen. Diesen Misserfolg empfand Ludwig XV. sogar als Infragestellung seiner Autorität. Dann hat er beschlossen, diese Angelegenheit endgültig aus der Welt zu schaffen. Er schickte den königlichen Armbusträger François-Antoine in die Region und befahl ihm, die Bestie vom Givaudon zu töten. Er hat dann zwar einen Wolf getötet, aber das war nicht die Bestie? Oder nicht die einzige? Das war wohl nicht die einzige Bestie, jedenfalls nicht die richtige. Der Wolf wurde nach Versailles gebracht. Und damit war die Geschichte von der Bestie vom Givaudon für das französische Königreich erledigt. Doch drei Monate später forderten weitere Angriffe 23 Opfer. Es schien eine zweite Bestie zu geben. Die Provinz Givaudon liegt im heutigen Département Lozère, das nach dem gleichnamigen Berg benannt ist. Vor vielen tausend Jahren schufen die Menschen in dieser Region die zweitgrößte Megalithenansammlung in Europa. Pongo geht voraus. Die Reiseführerin Odile Rival begleitet mich zu den Menhieren von Les Bondons. Wir sind da. Ich erkenne einen Schatten. Hier auf der östlichen Seite des Mont Lozère stehen über 150 Menhieren. Menhieren vermutet man eher in der Bretagne. Ich wusste nicht, dass es hier auch welche gibt. Ja, aber das ist trotzdem nicht mit der Anzahl der Menhieren in der Bretagne zu vergleichen. Hier stehen nie mehr als vier oder fünf in Sichtweite. Sind die hier auch aus Granit? Ja, der hier ist aus Granit. Sie können ihn ruhig anfassen. Aussergewöhnlich ist jedoch, dass wir hier nicht auf Granit stehen. Sondern? Das ist Kalkstein. Ja, Kalkstein. Und damit haben wir den Beweis, dass die Menschen, die vor ungefähr 5000 Jahren in dieser Region lebten, den Menhir extra hierher gebracht haben. All die Menhieren wurden aus dem Granitfels der umliegenden Berge geschlagen und von den Menschen des Neolithikums bis zu 10 Kilometer weit transportiert. Vor uns zeichnet sich einer wie ein Berggrat vor dem Himmel ab. Der könnte als Orientierungspunkt gedient haben. Es stehen hier auch drei, vier Menhere in einer Reihe. Sie könnten ein Richtungsweiser gewesen sein. Dann hatten die Menhere also einen konkreten, praktischen Nutzen? Grundlos nimmt man so eine Mühe nicht auf sich. Da die Menschen diese vertikalen Monumente geschaffen haben, mussten sie etwas für sie symbolisieren. Sie waren Teil eines Kults. Während der Christianisierung Galliens im dritten Jahrhundert wurden viele Menhere als heidnische Symbole gesehen und umgestürzt. Aber ein paar wurden verschont. Das ist ein christianisierter Menhir. Er ist pyramidenförmig. Und obendrauf? Metall. Ein Metallkreuz. So machte man aus heidnischen christliche Symbole. Genau. Statt einen Sockel für das Kreuz zu bauen, nahm man was vorhanden war. Gibt es viele zweckentfremdete christianisierte Menhere in der Gegend? Ja, so einige. Ein anderer Menhir wurde auch interessant umfunktioniert. Er befindet sich in einem Dorf hier in der Nähe und wurde als Gedenkstein aufgestellt. Er erinnert an den Tod von zwei Menschen, die bei einem Unwetter in einem Schneesturm umkamen. Schneestürme sind hier sehr gefährlich. Eine Höhenlage von durchschnittlich 1000 Metern und das Klima machen das Gévaudan zu einer unwirtlichen Region. Die harten Winter erschweren das Leben der Bewohner zusätzlich. Um vor Gefahr zu warnen, haben die Menschen hier im 19. Jahrhundert ein Netz an Glockentürmen aufgebaut, das man so nur um den Mont-Nosais herumfindet. Franck Fabre ist Steinmetz und sein ganzer Stolz ist der von ihm restaurierte Glockenturm in seinem Heimatdorf Ultais. Hallo Sophie. Da sind sie. Hallo. Danke, dass Sie mich empfangen. Gern, sehr gern sogar. Wo sind wir hier? Wir stehen vor einem Unwetter-Glockenturm. Früher mussten die Menschen ja zu Fuss gehen und bei einem Unwetter konnten sie sich leicht verirren. Dann wurden zur Orientierung die Glocken geläutet. So fanden die Leute in ihre Dörfer zurück. Ähnlich wie Leuchttürme auf dem Meer. Genau, damit kann man sie vergleichen. Gibt es heute noch viele solcher Glockentürme in der Gegend? Es gibt noch fünf, verteilt am Nordhang des Mont-Losais. Wie hoch ist der Turm? Der ist etwa acht Meter hoch. Er wurde aus dicken Steinblöcken errichtet. Die Mauern sind also richtig massiv. Wenn man hineingeht... Kann man die Mauer stärker erkennen? Ja, ihr Arm reicht da nicht aus. Stimmt. Diese Mauer ist gut ein Meter dick. Können Sie die Glocke mal läuten? Natürlich, Sie können sie auch mal läuten lassen. Dann los. Vorsicht, Stufe. Das wird ein Spaß. Wir gehen hinein. Da bellt ein Hund. Das mag er gar nicht. Ja, der Klang stört ihn wohl. Dem Dorfhund gefällt das nicht. Möchten Sie auch mal? Natürlich will ich. Man muss sie etwas ausschwingen lassen. Genau so. Ganz schön anstrengend. Ja, es ist nicht so leicht. Dort hinten höre ich Kaminfeuer. Richtig. Wir haben den Dorfofen angezündet. Gehen wir mal hin. Nun stehen wir etwa einen Meter vor dem Ofen und man spürt gleich die Wärme. Wie war das früher? Gab es einen Wächter? Die Leute blieben nicht unbedingt im Glockenturm. Sie kamen nur, um bei Gefahr die Glocke zu läuten. Bei Nebel oder bei Schnee? Genau. In einem Dorf wie diesem lebten früher über 100 Menschen. Heute sind es nur noch 20. Und damals wurde hier regelmäßig gemeinsam Brot gebacken. Dann war es eine Art Treffpunkt. Ganz genau. Schon merkwürdig dieser Kontrast zwischen der Ruhe, die das Feuer hier ausstrahlt, und warum der Glockenturm existiert, um die Menschen vor Gefahren zu schützen. Das stimmt. Gut, jetzt haben wir schönes Wetter, die Sonne scheint und hier drin ist es schön warm. Aber man muss bedenken, dass es Wintertage gibt, an denen der starke Nord- oder Südwind einen den Schnee hart ins Gesicht peitscht, man keine zwei Meter Sicht hat und die Temperaturen eisig sind. Letztes Jahr im Februar zum Beispiel hatten wir drei harte Winterwochen, in denen das Thermometer auf unter minus 20 Grad fiel. Da kann man sich vorstellen, dass jemand, der sich hier im Schnee verirrt, eine Nacht draussen nicht überlebt. Also Pongo, wir verirren uns lieber nicht, auch wenn wir nicht vor Kälte sterben würden. Da besteht kein Risiko. Meine Rundreise auf den Spuren der Bestie führt mich weiter in Richtung Auvers. Dieses Dorf war das Zentrum der Angriffe während der letzten beiden Jahre 1766 und 1767. In dieser Gegend wurde auch die zweite Bestie getötet und die Geschichte nahm tatsächlich ein Ende. Diese Skulptur stellt ein wahres Ereignis in der Geschichte der Bestie vom Givaudan dar. Ein junges Mädchen namens Marie-Jean Vallée hat, wie aus den Quellen hervorgeht, der Bestie ein Bayonett in die Brust gestossen. Die Bestie fiel in den Fluss und verschwand. Konnte man sich denn nicht vorstellen, dass die Bestie von Menschen herangezüchtet oder von einem Menschen abgerichtet worden war? Wenn die Bestie von jemandem abgerichtet worden wäre, hätte man denjenigen früher oder später entdeckt und verraten. Man hätte ihn geschnappt, aber das war nicht der Fall. Es gab sogar die Theorie, dass es sich um einen als Bestie verkleideten Menschen handelte. Manche behaupteten, es sei ein Serienmörder gewesen, aber das konnte ausgeschlossen werden. Weil es Überlebende gab. Richtig. Und alle Überlebenden schilderten in ihren Aussagen ein Tier. Aber was könnte es für ein Tier gewesen sein? Es gab ja die Theorie, dass ein wildes Tier aus einer Wandermenagerie ausgebrochen sei. Was halten Sie davon? Es ist durchaus möglich, dass es zum Beispiel eine Hyäne war. Selbst damals wurde schon von der Hyäne vom Givaudan gesprochen. Allerdings muss man berücksichtigen, dass damals jedes seltsame oder unbekannte Tier als Hyäne bezeichnet wurde. Ach so, das war eher ein allgemeiner Begriff als die Tiergattung selbst. Genau. Außerdem gibt es keinerlei Hinweise auf eine tote Hyäne. Die historisch nachweislich getöteten Tiere gehörten alle zur Familie der Canidae. Es hätte also auch ein hundeartiger Hybrid sein können. Das wäre möglich. Der Bericht über das letzte getötete Tier hier bei Auvers zeigt Charakteristika, die an einen Hunde-Wolfsmischling erinnern. Das steht fest. Ich danke Ihnen vielmals. Ich hoffe, es war informativ. Sehr sogar. Es ist spannend, dass noch Fragen offen sind. Diese Geschichte brachte vor allem den Wolf in Verruf. Gleich mehrere hundert Tiere wurden für die Bestie gehalten und getötet. Um mehr über den Wolf zu erfahren, treffe ich mich mit einem Wolf-Spezialisten aus der Region, Sylvain Maki. Ihr Futter weckt das Interesse von Pongo. Ja, ich habe hier in der Plastiktüte einige Leckereien. Das sind kleine Fleischstücke, um die Wölfe anzulocken. Wir gewöhnen sie an das Futter, um sie später leichter fangen zu können, falls wir sie mal behandeln müssen. In dem Tiergehege hier vor uns leben, das ist genau dieselbe Unterart, die auch schon früher in Frankreich heimisch war, bevor der Wolf hierzulande ausgerottet wurde. Ich schlage vor, wir nähern uns den Tieren und gehen mal in einige Gehege hinein. Ich folge ihm. Also los. Komm Pongo, folge ihm. Die Wölfe werden sich wohl für den Hund interessieren. Als Beute? Sie sind neugierig. Aber wir sollten Pongo auf jeden Fall draussen lassen. Du wartest hier, Pongo. Ich mache die Tür wieder zu. Jetzt gehen wir am besten in die Hocke. Na, mein Kleiner. Jetzt nähert sich das Weibchen. Der junge Wolf und das Weibchen interessieren sich in der Tat für Pongo. Na, mein Schätzchen. Warum müssen wir in die Hocke gehen? Da diese Wölfe in Gefangenschaft leben, haben sie Angst vor uns, wenn wir aufrecht stehen. In der Hocke wirken wir auf sie nicht so groß und dann fürchten sie sich weniger. Ich versuche sie anzuhalten. Mal sehen, ob sie sich nähern. Das Weibchen kommt näher. Ich werfe noch einen Köder und wir gehen wieder in die Hocke. Da. Sie ist keine zwei Meter entfernt. Ja, ich höre sie ganz nah. Jetzt hören sie die anderen heulen. Ich höre sie. Wieso haben sie alle gleichzeitig angefangen zu heulen? Durch Heulen festigen die Wölfe ihre Zugehörigkeit zum Rudel. Wenn es Spannungen im Rudel gibt, führt das nicht zu Kämpfen, sondern zu gemeinschaftlichem Heulen. Verstehe. Um Spannungen abzubauen, heulen sie. Genau. Geht dem Rudel der Tod eines Wolfs nahe? Nun, wenn bei einem Wolfspaar einer der Partner stirbt, kann es vorkommen, dass man vom überlebenden Tier einen ganzen Tag lang ein lautes, klagendes Heulen hört. Dieses Heulen wird von den anderen Tieren des Rudels aber nicht mit angestimmt. Kommen Sie mit. In dieses Gehege können wir tiefer hineingehen. Das ist das Gehege der mongolischen Wölfe. Meinen Sie, die Bestie vom Gévaudan war ein Wolf? Ich glaube, dass man bereits 1764, zu einer Zeit, in der es noch sehr viele Wölfe gab und in der man zehnjährige Kinder allein und ungeschützt losschickte, um Schafherden zu hüten, dass man damals schon wusste, dass Wölfe Menschen nicht angreifen. Man kann davon ausgehen, dass Wölfe nur Vierbeiner jagen und dass Zweibeiner, also wir, in ihrem Beuteschema nicht vorkommen. Die Bauern damals kannten Wölfe. Sie wussten, wie sie aussahen. Sie sprachen von der Bestie, weil sie das Tier eben nicht als Wolf identifizieren konnten. Doch in dieser unsicheren Zeit hatte man leichtes Spiel. Es war einfach, ein junger Schäferin zu überzeugen, das war die Bestie vom Gévaudan. Ich persönlich glaube nicht, dass die Bestie vom Gévaudan ein Wolf war. Jetzt fahren wir zu einem 17 Hektar großen Gehege, in dem insgesamt 43 Wölfe leben. Es ist das weltweit größte in Gefangenschaft lebende Wolfsrodel. Sobald wir ihnen den ersten Eimer Fleisch hinschütten, werden die Wölfe kommen. Die Wiederansiedlung des Wolfs scheint auch heute noch Ängste zu schüren. In Frankreich kann man nicht von Wiederansiedlung sprechen. Seit 1992, also seit über 20 Jahren, wird eine natürliche Rückkehr des Wolfs beobachtet. Heute leben etwa 250 Wölfe in Frankreich, die eigenständig zurückgekehrt sind und sich hier vermehren. Da ist schon ein Wolf. Er hat sich ein Stück Fleisch geschnappt und entfernt sich etwas. Seit der Ausrottung der Wölfe in Frankreich im Jahre 1940, werden Viehherden nicht mehr vom Menschen gehütet. Heutzutage sind sie also anfälliger für Angriffe durch Raubtiere. Gibt es denn auch heute noch böse Geschichten über die Wölfe in der Region? Was das Departement Lausère angeht, so wurden tatsächlich seit letztem Sommer auf dem Kosmejon Wölfe gesichtet. Und auch Wolfs Angriffe auf Viehherden verzeichnet. Also ganz in der Nähe. Und so werden wieder die alten Gerüchte und Geschichten hervorgekramt, Kindern bedankt gemacht. Seit 250 Jahren also keine Weiterentwicklung. Die Rückkehr des Wolfs nach Frankreich lässt die alten Ängste wieder aufleben. Und die Spuren der Bestie sind immer noch nicht vollkommen ausgelöscht. Es war schön, bei meiner Reise ins Gévaudan dem Weg und den Worten Stevensons gefolgt zu sein. Ich bewundere die Solidarität der Glöckner, die bei Unwetter die Glocken läuteten. Und ich denke an die Wölfe, die zu Unrecht als Bestie beschuldigt wurden.